So, ich habe jetzt hier alles, was ich brauche. Das wäre natürlich das SL60W und den angesprochenen Noctua-Lüfter. Das ist der NF8AULN in der 3-Pin-Version. Das ist wichtig, also wenn ihr den kauft, nehmt die 3-Pin-Version genau dieses Lüfters und ich verlinke euch den natürlich unten in der Videobeschreibung, damit auch keine Verwechslungen aufkommen. Ansonsten braucht ihr noch ein Lötkolben, Lötzinn, diverse Schraubenzieher, eine kleine Säge, ein bisschen Isolierband oder Schrumpfschlauch oder beides, einen Seitenschneider, eine Schere und gegebenenfalls ein Messer. So, und dann würde ich sagen legen wir mal los. Erstmal natürlich diese Transportsicherung hier, mit der das SL60W ausgeliefert wird, demontieren. Dann habt ihr vorne gleich, was euch entgegenkommt, drei Schrauben. Die entfernen wir jetzt mal. Dann kommt uns der erste Teil dieses Rings entgegen. Genau diesen Ring hier meine ich. Legen wir mal zur Seite. Dann seht ihr darunter vier Schrauben. Auch entfernen. Dann kommt euch der nächste Ring entgegen. Oder ne, sind doch nur drei. Zählen muss man natürlich auch können. Dann mit dem Stift hier, der quasi die Softboxen arretiert, den Ring hochziehen und daran denken, da ist auch noch eine Feder drin. Die holen wir mal raus und stecken sie dahin, wo sie hingehört, nämlich unten auf den kleinen Stift. So, jetzt seht ihr erstmal nicht viel. Wenn ihr aber genau schaut, sind hier drinnen vier silberne Schrauben, die ziemlich tief versenkt sind. Da müssen wir mal gucken, ob wir da mit dem großen Schraubenzieher überhaupt rankommen. Nein. Brauchen wir also einen anderen, der ein bisschen schmaler ist. Nehme ich jetzt mal den hier für den Fall. Die löst ihr dann alle vier. Und dann sind wir quasi schon da, wo wir eigentlich hin wollen. Dann können wir die gesamte Lüfter und LED Einheit wegklappen. Das ist jetzt alles ein bisschen eng. Kann man ein bisschen noch an den Kabeln ziehen, dass die noch ein bisschen mehr Raum zum Spielen geben. So, lege ich das mal hier hin. Die zwei Schrauben, die tue ich mal raus, damit wir die nicht verlieren. Okay. So, jetzt seht ihr hier den Lüfter und ihr seht auch die vier Schrauben, mit denen der montiert ist. Die entferne ich jetzt mal fix. Die brauchen wir aber, um den neuen Lüfter dann wieder zu montieren. Jetzt haben wir den Lüfter quasi gelöst. Und jetzt seht ihr ja, der hängt quasi noch an seinem Stromkabel. Und jetzt sind wir einfach ganz schmerzfrei. Nehmen den Seitenschneider, schneiden den ab. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. Und an die drei Käbelchen, an denen der dran hing, kommt unser neuer Lüfter dran. Denn der wird genauso betrieben mit 12 Volt und einem Sense Pin, der quasi die Lüfter Geschwindigkeit übermittelt. Das heißt, diese drei Käbelchen hier brauchen wir jetzt noch, um dann unseren neuen Lüfter da dran anzulöten. Aber zuerst bauen wir den mal hier ein. Also Lüfter auspacken. So, das Ding aus wird mit ziemlich viel Zubehör geliefert. Wir brauchen davon im Endeffekt den Lüfter selbst und dieses Verlängerungskabel, weil wir das auffahren werden. Ihr könntet natürlich auch den Lüfter hier vorne abschneiden und die Kabel direkt an die drei Enden des alten Lüfters anlöten. Ich mache es aber so, dass ich dazwischen noch einen Stecker löte, damit das Ganze flexibel und variabel bleibt. Aber zuerst bauen wir den Lüfter in das Gehäuse des Godox SL60W ein. Dafür entferne ich hier oben mal diese drei kleinen Gummi Puffer. Die unteren können bleiben. Dann setzen wir den Lüfter quasi so ein, wie er sein soll und dann sieht man hier was. Nicht besonders gut, aber an der oberen Ecke ist eine Aussparung. Diese Aussparung bedeutet, dass dort ein Schraubenkopf ist. Da der alte Lüfter auf der Oberseite rund war, ist er damit nicht kollidiert. Dieser Lüfter hier würde an dieser Ecke mit diesem Schraubenkopf, der hier rauskommt, kollidieren. Deshalb also die Ecke, an der das Kabel ist, muss irgendwie abgeschnitten werden. Und ich mache das einfach mit einer kleinen Holzsäge. Mache ich jetzt direkt mal kurz hier auf den Tisch. Braucht nicht viel absägen, nur so die Ecke des oberen Loches. Passt auf, dass ihr nicht ins Kabel sägt. Geht auch schön fix und unkompliziert. Und das war es quasi schon. Das reicht, um diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Da der Lüfter dann eben nicht mehr mit diesem Schraubenloch dort kollidiert. Was wir dann machen, wir setzen die Schrauben, die wir aus dem alten Lüfter rausgeholt haben, in den neuen Lüfter ein. Aber unten. Und dann brauchen wir einen Schraubenzieher, der einen etwas längeren Schaft hat, um durch die Löcher oben hindurch die Schrauben zu verschrauben. Dann schieben wir den hier rein. Gucken, dass alles gut sitzt. So was meine ich. Schraubenzieher mit etwas längerem Schaft. Und dann versuchen wir, den neuen Lüfter mit dem Gehäuse zu verschrauben. Das sollte alles ziemlich einfach und problemlos gehen. Ich habe das jetzt mittlerweile schon dreimal gemacht. Weil bevor man so ein Tutorial macht, will man natürlich das Ganze perfektionieren. Damit man dann auch den Leuten nicht unbedingt Mist erzählt. Oder das Ganze zu schwierig wird, um es zu Hause quasi nachzumachen. Alle vier Schrauben angezogen. Das Ganze sitzt wieder. Das Stromkabel kommt hier raus, wo das alte auch rauskam. Der Lüftertausch ist damit quasi soweit abgeschlossen. Wir brauchen jetzt nur noch diesen kleinen Kabeladapter. Quasi dieses Ende des Verlängerungsstücks nehme ich dafür jetzt mal. Ich ziehe da mal ein bisschen das Kabel ab. Ich nehme meinen Seitenschneider und schneide das einfach ab. Dann jeweils alle Kabel abisolieren und verdrehen. Ich würde es nicht allzu weit abisolieren. Da gehen jetzt keine riesigen Ströme durch. Es gibt keine Probleme. Da reichen so fünf Millimeter abisolieren locker. Ich kann schon mal meinen Lötkolben anmachen und vorheizen. Damit er dann quasi arbeitsbereit ist, wenn wir gleich soweit sind. Schön verdrehen. So, sieht gut aus. Und an der anderen Seite, wo wir vorhin den Lüfter abgeschnitten haben, natürlich genauso. Da kommt man jetzt ein bisschen schwieriger ran, aber ich denke, das bekommt ihr schon hin. Alle Enden entzinnt. Jetzt müssen wir noch was wichtiges machen, bevor wir anfangen mit Löten. Und zwar den Schrumpfschlauch nehmen, zuschneiden und über die Enden stülpen. Denn wenn man das vergisst und dann gelötet hat, dann ist man ein bisschen am Arsch. Das Ganze schieben wir jetzt quasi über die Enden der abisolierten Kabel drüber. Damit wir es dann nachher über die Lötstellen schieben können und dann zusammenschrumpfen können. So sieht das dann aus. Und jetzt warten wir mal, bis der Lötkolben warm genug ist. Und dann legen wir los und bauen danach alles wieder zusammen. Wir brauchen natürlich Lötzinn. Wir brauchen noch ein bisschen. Ich habe hier einen ganz einfachen Lötkolben. Was hat der? 58 Watt von Chili Tech. Also wahrlich nichts unbedingt hochwertiges. So schauen wir mal, ob es jetzt besser aussieht. Und ich versuche schon mal hier das erste Kabelende einzuzinnen. Ja. Jetzt wird es. So. Kabelenden einzunnen, wenn ihr schon mal mit Lötkolben gearbeitet habt, ist hoffentlich klar. Ich kann es jetzt auch schlecht so weit hoch zur Kamera halten. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass es da nicht viele Unklarheiten gibt. Okay. Ich versuche das hier mal ein bisschen näher an der Kamera zu machen. So. Hier ist mein Blutzinn. Sehr gut. Übrigens, die Kabel haben ja unterschiedliche Farben. Im Gehäuse des Godox Lichts haben wir Rot, Schwarz und Weiß. Und hier am Lüfteranschluss von dem alten Lüfter haben wir quasi Rot, Schwarz und Gelb. Ihr könnt euch schon denken, Rot und Schwarz gehört zusammen und Gelb wird zu Weiß. Und jetzt löten wir das Ganze einfach mal an die Kabel im Licht an. Aneinander halten, warm machen und los geht's. So. Alle drei Kabel verlötet. Jetzt mache ich mal das restliche Lötzen ab und schiebe den Schrumpfschlauch über die Lötkolben. Aber immer eins nach dem anderen. Und dann erhitze ich den Schrumpfschlauch mit meinem Schaft vom Lötkolben. Der ist nämlich auch ganz schön heiß. Und dann schrumpft sich der Schrumpfschlauch so nach und nach zusammen. Ich habe nämlich leider gerade kein volles Feuerzeug zur Hand. Das geht aber natürlich auch. So. Erste Lötstelle verschrumpft. Zweite Lötstelle folgt zugleich. Wenn man das mit Lötkolben macht, muss man es ein bisschen länger machen. Mit dem Feuerzeug würde das natürlich ratzfatz gehen. So. Jetzt noch die letzte Lötstelle. Schrumpfschlauch drüber. Schrumpfschlauch ist natürlich die beste Methode, um eine Lötstelle zu isolieren. Ihr könnt das aber natürlich auch, wenn ihr keinen Schrumpfschlauch zur Hand habt. Jedes einzelne Kabel, bitte jedes einzelne und nicht alle zusammen, ordentlich mit Isolierband umwickeln und so isolieren. So. Jetzt habe ich alles eingeschrumpft. Ich zeige euch das nochmal kurz in die Kamera, wie das jetzt aussieht. So sieht das aus. Jetzt haben wir da quasi einen 3-Pin-Lüfter-Anschluss dran, an den genau das Kabel von unserem neuen Lüfter passt. Was wir jetzt noch machen, ist das Ganze so ins Gehäuse reinzuschieben, dass es am Ende nicht irgendwo auch noch in den Lüfter kommt oder so. Das wäre natürlich ziemlich blöd. Dann hätten wir ein ziemliches Ratter-Geräusch und das möchte natürlich niemand. So, wenn wir jetzt soweit sind, können wir das Gehäuse so drehen, wie es war und anfangen, es wieder zusammenzusetzen. in dem Fall zuerst die vier langen Schrauben, die hier in den Ring quasi geschraubt wurden. So, weiter geht's. Zuerst setzen wir den Arretierungshebel ein mit Feder. Dann kommt der Ring drauf. Der hat ein extra Loch, das kommt auf diesen kleinen Pin, der nach oben fährt, um die Softboxen zu verriegeln. Na? Na? Ah, okay. Hat noch ein bisschen gekleppt. Dann schrauben wir den mit den drei schwarzen Schrauben fest. Setzen den Ring auf, bei dem ist es glücklicherweise ziemlich egal, wie man den aufsetzt. Alles symmetrisch und schrauben den Ring mit den ersten Schrauben, die wir entfernt haben, nämlich den silbernen Schrauben wieder fest. Das war's. Das ist jetzt unser modifiziertes Godox SL60W. Sieht natürlich von außen aus wie neu. Jetzt stecken wir mal Strom rein und schauen, ob noch alles funktioniert. Ist natürlich jetzt deutlich, deutlich, deutlich leiser. Lauter wird's nicht. Das ist 100% Helligkeit und lauter wird das Licht nicht. Es wird ein bisschen wärmer. Bei 100% Helligkeit wird es so circa 5 bis 8 Grad wärmer als das unmodifizierte Licht. Ist aber alles noch in einem vertretbaren Rahmen. Wird nicht mal 60 Grad warm, die LED. Und ich denke für den Vorteil der Lautstärke Minimierung ist das wirklich eine richtig, richtig, richtig feine Sache. Natürlich der ganze Umbau auf eigene Gefahr. Keine Garantie, dass es ordentlich funktioniert. Die Garantie des Lichtes erlischt dann natürlich leider auch. Aber dem sollte man sich bewusst sein, wenn man so eine Modifikation an seinen Geräten vornimmt. Wenn euch die Lautstärke nichts ausmacht, dann lasst es halt unmodifiziert. Versucht das Licht so weit wie möglich weg von Mikrofon aufzustellen. Verwendet sehr stark gerichtete Mikrofone wie eben Shotgun-Mikrofone. Versucht, wenn ihr ein Lavalier-Mikrofon mit kugelförmlicher Charakteristik verwendet, dass eben das Licht schön weit weg ist. Oder wenn das was für euer handwerkliches Geschick ist, modifiziert das, dann ist es quasi so leise, dass es auch direkt neben einer Person stehen kann ohne Probleme. So, das war es. Wie gesagt, Links zu dem Licht unten in der Videobeschreibung. Links zu allem, was ihr dazu braucht natürlich auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Like und euer Abo da. Wenn nicht, schreibt uns in den Kommentaren, woran es gelegen hat. Dort könnt ihr natürlich auch gerne eure Fragen zum Umbau posten. Ansonsten sage ich, ciao bis zum nächsten Mal.